Ui, yo, meinst du, wir können hier hochfahren? Oh nein. Doch. Oh, bitte nicht. Junge, die bügeln jetzt einfach Auto. Oh, nein, oh nein. Pass auf, nicht, dass du dich verletzt. Yo, yo. Ey, aha, feitscht das Polo. Yo, willkommen zurück zu einer neuen, dreckigen Episode. Da ist die Polizei. Hallo, Polizei. Wenn die uns jetzt nicht hops nehmen, dann nie. Ja, die kommt. Die haben blaue Staten gemacht. Echt? Ja, ja, die haben blaue Staten gemacht. Oh Gott, oh nein, wir werden nicht getötet. Nein, 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 guck mal. Oh, man kann das nicht raus. Aber, positiv ist, es läuft noch. Junge, man kann es noch bedienen. Hallo, Bedienung. 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 Wo, was, wie? Ja, mach deine Augen zu. Oh, mein, meinst du, wir können hier hochfahren? Wieder hoch? Oh nein. Doch. Oh, bitte nicht. Oh, wir kippen. Nein, wir kippen. Neue Schaltung freigeschaltet. Oh, das ist der Rückwärtsgang. Ich habe ausmarsch in den Rückwärtsgang reingemacht. Ich zeige dir jetzt das Auto von außen. Ich habe mir wehgetan. Achtung. Oh, mein Gott. Ach, die Scheiße. Nein, 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 nein. Wir müssen mal kurz hier parken. Ganz gediehen und gechillt. Ja, perfekt eingeparkt. Wir schauen uns jetzt dein Auto von außen an. Wir begutachten das. Zieh die Brille an. Ah, nee, warte, warte. Ich habe noch was dabei für dich. Moment. Steig mal erst mal aus. Das ist ja krass. Ja, das weiß ich nicht. Das war der Chaponen. Off Cam. Nicht mal im Video, der Kek. Okay, wir steigen jetzt aus. Es sind unglaublich 3.500 Grad. Und ich habe lange Hose an. Ja, geil. Oh, mein Gott. Mit einem Edding. Ey, warte, bevor du das machst. Das ist eine sehr, sehr kriminelle Sache, die du gerade vorhast. Und deswegen habe ich dir eine Maske mitgebracht. Hopp. Und dann machst du folgendes. So. Die Blinde. Boah, die Maske stinkt. Die Blindezerstörung. Ja, das ist mein Mundgeruch. Sorry. Und, warte. Eine Sache dürfen wir dabei nicht vergessen. Die Brille. So. Ich sehe absolut nichts. Und so. Ja, geil. So. Perfekt. Jetzt darfst du. Wow. Was für eine schöne Schrift. Was steht denn da? Ciao. Ciao, Bill. Ach, ciao, Bo. Ach so, ja. Danke. Ey, ich kann es so gut schreiben, obwohl du nichts siehst. Was ist los mit dir? Das I hast du vergessen. Wo ist das I, Bro? Machen wir das eh. Hier, hier. Jetzt. Ja, perfekt. Schön, schön. Ja, jetzt wird es ernst. Erstmal ziehst du deine Schutzbrille an. Das ist meine. Ach so, das ist deine. Sorry. Das sind beides dieselben, aber egal. Ja, ja. Juckt auf niemanden, Junge. So, ähm, erstmal schauen wir uns. Ja, doch nicht so. Ja, doch nicht so. Bist du denn komplett behindert so, Mann? So. Ja, folgendes. Erstmal zur Erklärung, falls der ein oder andere Kerk das hier nicht weiß. Dieses Fahrzeug gehörte mal der Oya. Oya ist eine Schwerverbrecherin aus Offenbach. Die saß fünf Jahre im Knast und zehn Jahre hinter Gittern. Und jetzt habe ich ihr Auto zerstört und du darfst jetzt beurteilen, wie die Zerstörung bis jetzt so aussieht und beurteile mal dein Auto. Wieso steht da vier und fünf? Ja, ich habe so eine schmackhafte Challenge mit dem letzten Kerk gemacht, mit einem Chabonenten. Das dürft ihr euch natürlich auch anschauen. Kam gestern online. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und pass auf. Was geht? Jo. Was denn? Die Jungs waren bei uns vor der Haustür und haben mich gesehen, wie ich in den Defender eigentlich ging. Diese Jungs. Ja? Die kommen mir zurück. Ey, du musst ganz schnell drehen, weil ich werde sonst hier unter dieser Maske ersticken und sterben. Oh, geil. Klicks für die Chicks. Hier, guck. Das sind die Karten. Du darfst also quasi eine Karte ziehen. Zack, zack. Und dann mit einem Werkzeug deiner Wahl gegen das Auto hauen. Beziehungsweise nicht du. Das war im letzten Video. Jetzt machen wir das anders. Wir klatschen einfach so aufs Auto. Und du darfst anfangen. Krass, wie du das geschafft hast. So komplett blind. Das Einzige, was mir hier gefällt, ist das I. Denn das ist genauso knüppelig wie mein Klumpfuß. So, dann mache ich dir mal hier die Tür auf. Wo ist es? Zur Seite. Zur Seite. Hey, wir machen das so. Du fängst jetzt mit dem kleinsten Zerstörungswerkzeug an. Das ist das erste Mal, dass du ein Auto zerstörst, ne? Das erste Mal. Wir wollten ja einmal, hast du mich mitgenommen. Da wurden wir ja von der Polizei rausgekrascht. Haben wir das online gestellt? Ja, aber das haben wir wieder offline genommen, weil wir ja die Anzeige bekommen haben. Gut, dass du das hier nochmal im Video erwähnst, dass ich das extra deswegen offline genommen habe. Junge, geil. Junge, irgendwann mal lande ich im Gefängnis. Ich sag's euch. Das kleinste Zerstörungswerkzeug. Ah, wenn du magst, kannst du das Bügeleisen nehmen, das dir gehört. Und mir damit auf die Fresse hauen. Junge, kannst du gerne machen. Warte, ich hol dir jetzt wirklich das kleinste. Die bügelt einfach Auto. Junge, die bügelt einfach Auto. Wo ist denn der schmackhafte Hammer, Alter? Ja, komm, wir fangen mit der Bürste an. Guck mal, ich bügle das Auto. Ja, super. Super machst du das. Schön, schön. Du hast da einen Kratzer reingemacht. Ich seh keinen Kratzer. Wieso hältst du immer noch diesen Stift? Keine Ahnung. Du fängst mit der Bürste an. Hau dagegen. Raste aus. Wohin denn? Egal wohin. Auspassen. Außer, warte, du darfst die Scheiben nicht kaputt machen. Die Schilder, äh, die Schilder. Nicht die Schilder. Die Lichter. Spiegel darfst du auch nicht kaputt machen. Und ansonsten hegt das Auto. Wo hast du mir das schlechteste Werkzeug gegeben? Wir steigern uns doch noch. Erstmal die Bürste. Haut drauf. Wie? Einfach zerstören. Genau. Ein bisschen kreativ sein. So ist schön. So ist schön. Super. Oh, was ist denn der Schei? Alter. Meine Ohren, meine Ohren. Das hegt meine Ohren weg. Fällt es dir? Ah, guck mal. Hier ist ein Vogelkapper. Ja, das ist scheiße. Können wir wegmachen? Warte. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Spiegel has left wieder the chat. Das hast du ja gesagt. Versuch mal die Leiste mit dem Hammer hier kaputt zu machen. Die Leiste? Ja, ja. Pass auf. Nicht, dass du dich verletzt. Rärter. Krasser. Brutaler. Ja. Nochmal. Ja. 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 Ey, das ist eine Therapie. Ich weiß. Was denkst du, wieso... Nein, lass die weg. Was denkst du, wieso ich so ruhig nach Hause komme? Jedes Mal nach einer Zerstörung. Ja. Aber es geht nicht kaputt. Natürlich geht es kaputt. Doch. Natürlich. Schaffe ich das. So. Und jetzt kannst du diese wunderschmackhafte volle Leiste nehmen. Genau, genau. Du kommst auf dieselbe Idee wie die Hilfe. Ey. Bist du B? Weißt du, wie das weh tut? Oh ja. So. So fühlt sich das an, wenn du mein Auto kaputt machst. Ja, man merkt... So gut. Man merkt einfach, dass du zu mir gehörst. Nein, nein. Das ist so. Achtung. Peitscht das Poorloch. Ja. Peitscht das Poorloch. Das kleine, schwackhafte Poorloch. Warte. Ja, ja. Jetzt können wir einen Peitschenkampf machen. Tja Kaja. Tja Kuri. Tja Kado. Komm, lass das Auto demolieren. Und du von der Seite, ich von der Seite. Du willst es wissen. Tja Kaja will es wissen. Man kann ja nichts kaputt. Ja, warte, warte, bleib oben. Wenn du willst, kannst du die Maske ausziehen, wenn dir übertrieben heiß ist. Ist kein Problem. Mach das. Du hast den Spiegel komplett gehickt. Ja, das sieht auch gut aus. Jetzt siehst du aus wie eine Halbverbrecherin. Halbschwerverbrecherin. Warte. Ich gebe dir jetzt ein Werkzeug. Pass nur auf, dass du dich nicht selbst am Kopf erwischst. Ist gefährlich. Warte, 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 warte. Hier festhalten. Nicht hier, sondern hier. So? Ja. Und jetzt? Auf geht's. Achtung. Weg da. Reiß ab die Kacke. Neuer Ladeluftkühler. Bam. Einfach, Porloch ist Bugatti geworden.